Jedes Fahrrad von Königlich Gazelle erhält vier Lackschichten, sodass eine echte Gazelle immer gut geschützt ist. Jährlich legen etwa 800.000 Rahmen und Einzelteile einen Weg von zwei Kilometern in unserer eigenen Lackiererei zurück. Die weltweit längste Lackierstraße. In sechs Stunden werden Sie hier mit dem allerbesten Lack überzogen. Wie wir das machen? Für ein glattes Endergebnis kontrollieren wir zunächst alles genauestens auf Unebenheiten. Die Rahmen und Einzelteile werden entfettet und mit einer Konversionsschicht versehen. Diese sorgt nicht nur dafür, dass die Pulverbeschichtung später gut haftet, sondern verhindert auch, dass das Rad rostet. Anschließend tragen wir als Grundlage einen Pulverlack auf, eine Art Grundlack. Da der Pulverlack positiv und Rahmen oder Einzelteile negativ geladen sind, gelangt das Pulver auch nur dahin, wo es soll. Somit vergeuden wir so gut wie nichts. Im Ofen schmilzt das Pulver zu einer gleichmäßigen Grundierung und nach Abkühlung erhält das Rad seine Farbe. Wir tragen diese Farbe immer in zwei Schichten auf. Das heißt auch zwei Runden im Ofen. Jedes Jahr verarbeiten wir dafür 70.000 Kilogramm Lack. Zum Schluss versehen wir jedes Rad manuell mit einem individuellen Design. Ob nun klassisch oder modern, es ist echte Präzisionsarbeit. Und um das ganze zu vollenden, eine letzte aus steinhartem Klarlack bestehende Schutzschicht.